Das ist der Mose 1412. Die Effizienz liegt bei Porn 80 und der hat hier oben dieses Blech drin. Da kommt noch mal Luft raus. Das hat er hier in diesen Kasten angeschraubt und von dem Kasten sieht man, da geht etwas rüber und geht hoch an der Stelle. Tatsächlich fragen müssen, ich habe es gar nicht gleich gesehen, aber das sind dort hinten. Ich kann nicht leuchten. Es sind so ganz kleine Risse unten drunter. Man sieht es nicht, die sind ja noch tiefer. Genau, da sind auf jeden Fall so ganz kleine Schlitze, so nebeneinander, einen Zentimeter lang. So sieht es aus. Und dort zieht er praktisch diese Luft da rein. Genau, ist relativ höher. Auf jeden Fall von der Größe her. Allzu viel Holz, von der Größe her passt da ohne rein. Aber der 3 bis 5 kW, 70 Kilo. Den gibt es ab 1100 habe ich den gesehen, so bei Fuchs. Hier kostet er 2400. Da kann man natürlich die Füße auch noch kürzer anmonotieren. Die sind angeschraubt, dass er ein Bild tiefer kommt. Aber das wäre ein Kandidat. Wo ich sage, ja, der gänge 70 Kilo. Ja, genau. Auf jeden Fall ganz lustig. Ja, habe ich schon.